Hey liebe Wander- und Autofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute auf einem uralten Friedhof, 14. Jahrhundert, so was. Also einer der ältesten Friedhöfe in Deutschland. Oder vielleicht sogar der älteste Friedhof. Also den möchte ich mir jetzt auf jeden Fall mal anschauen. Und wenn ihr Lust habt mitzukommen, dann auf geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020